Was ist ein Bescheidenes Leben? Einstein ist weltweit bekannt. Es ist jemand, der nicht nur Wissenschaftler interessiert, sondern alle. Es gibt sicherlich kein Kind auf der Welt, das nicht weiß, wer Albert Einstein ist. Das war es im Grunde genommen. Wenn Albert Einstein also ein paar tiefsinnige Worte hinschreibt, was das Geheimnis des glücklichen Lebens ist, dann ist das etwas, das jeden interessiert und jeden anspricht. Nach Angaben des Auktionshauses riet Einstein dem Dienstboten die Notiz zu behalten und sagte, dass ihr Wert eines Tages ein gewöhnliches Trinkgeld übersteigen würde. Das Physikgenie sollte Recht behalten. Was ist ein Bedürfnis des Scherkunde? � Gregory, ist ja see you. Du bist du eigentlich nicht immer. Du bist du Anson你. Du bist du in jeden Fallen.